Und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, mein Name ist Danny und ich habe etwas interessantes geholt und zwar den Tab, Lens Fokus Tab Mini, aber um zu erklären was das ist, muss ich euch erstmal erklären, was ist denn ein Fokus Tab oder Fokus, ja Tab müsste richtig sein, so und dazu gucken wir uns mal wieder hier die schöne Sorki 1 an, so machen wir die scharf und die hat hier so ein Ding, womit man scharf stellt, das nimmt man mit dem Daumen oder wenn man die Kammer in der Hand hat, meistens auch mit dem Zeigefinger, je nachdem nach Geschmack, das hat den Grund, weil man hier am Objektiv ja nirgends von anders wirklich dran drehen kann, denn wenn man versucht hier dran zu drehen, dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo man dann versehentlich hier die Linse anlockt und dadurch, dass es hier ein Collapsible Objektiv ist, kann man das hier reindrücken und deswegen musste sich damals Leica, von der ja original diese Objektivkonstruktion, Kammerkonstruktion ist, was anderes einfallen lassen und hatte dann halt hier diesen Tab. Der war mega praktisch, allerdings ist dann über die Zeit dieser Tab hier verschwunden und ich hatte mich eigentlich schon total an diesen Tab hier gewöhnt, der ist nämlich relativ cool, allerdings habe ich mir letztens ein neues Objektiv zugelegt und zwar das hier, das, so ist es, genau, das Jupiter, Jupiter 8, Blende 2, 50 mm und das hat diesen Tab nicht mehr und ich fand diesen Tab, ich muss gucken, dass das hier nicht wegrollt und ich fand diesen Tab so praktisch, ich bringe das mal kurz an der Kamera an, ja, bekanntes M39 Gewinde, nach oben hin abschrauben, relativ einfach und ich fand diesen Tab an dem alten Objektiv so toll, dass ich den eigentlich auch hier haben wollte und dazu gibt es eine Lösung und zwar, so, stellen wir das Ganze weg, dann stellen wir das Ganze nochmal scharf, ach egal, ich hole es einfach her und zwar das hier, der Tab, ne Tab oder wie man den auch immer ausspricht, habe ich übrigens selber gekauft, kein Product Placement, geh auf, so und da drin haben wir lediglich hier aus Hartgummi so ein Ding, das sieht jetzt nicht besonders aus, aber das kann man schon relativ gut verwenden und zwar ist das dazu gedacht, dass man das einfach über jegliche Objektive, wo das dran passt, ich gucke mal, ob ich ein bisschen näher dran komme, naja, ist schon nach Maximalfokus, so, ihr seht das Ganze dann, ist aus einem relativ harten Gummi, hat mich eigentlich gewundert, eigentlich habe ich gedacht, das ist weicher, weil eigentlich hieß es auch, dass das sehr viel dehnbarer sein soll, aber es ist gar nicht so dehnbar, es ist mega steif und das kann man jetzt an alle Objektive dran packen, wo das dran passt, meistens Messsucherobjektive, weil für Spiegelreflexobjektive ist das hier einfach zu klein, allerdings ist das der Mini, ich glaube es gibt noch ein Medium und ein Large oder ein Normal und ein Large, könnt ihr einfach angucken und zwar kann man das jetzt hier über das Objektiv stülpen, übrigens relativ wichtig ist, ihr seht hier, dass das hier so ein bisschen abschüssig ist und zwar am besten so, dass hier der Finger, den man dafür benutzt, da gut reinpasst und der passt so nicht so ganz so gut, der passt nämlich perfekt so, also abschüssig am besten von der Kamera wegmontieren und ganz wichtig auch darauf achten, auf was die Kamera vorher steht mit der Entfernung, das ist normalerweise zwei Meter und zwar sind die ganzen alten Leica Objektive und auch die neuen Leica Objektive alle so gemountet, beziehungsweise alle so angebracht dass, ihr seht jetzt die Kamera nicht, aber ich glaube, ihr glaubt mir, dass wenn das Ding hier ganz unten steht, also auf 6 Uhr, sind das immer zwei Meter, das ist bei heutigen Leica Kameras immer noch so Allerdings ist das nicht bei allen Kameras so und als ich mir, Moment, wo habe ich sie? Hier ist das schöne Stück, als ich mir meine Canon M7 geholt habe, habe ich auch gedacht, boah geil, ich habe wieder einen Fokus-Tab, das ist richtig cool Allerdings, hier ist der Fokus-Tab ein bisschen anders und zwar, wenn der auf 6 Uhr steht, steht das ganze Objektiv hier oben ich muss mal gucken ja, das müsste scharf sein hier ist es, steht das ganze so in etwa auf 14 Fuß und 14 Fuß sind nicht zwei Meter, sondern das sind 4,30 Meter in etwa also das hat mich dann schon ein bisschen verwirrt, weil ich schon daran gewöhnt war, immer zwei Meter auf 6 Uhr zu haben und deswegen bin ich hier mit der Canon M7 auch erstmal gar nicht so ganz so gut klar gekommen mit dem Fokussieren, aber kommen wir zurück zum Tab und zwar ist der Tab leider ein bisschen schwierig anzubringen deswegen, wenn ihr das habt, würde ich euch ich mache es hier mal gerade und fokussiere mal richtig deswegen würde ich euch dringend empfehlen, wenn ihr das Ding auf eure Kamera bzw. euer Objektiv drauf fummelt macht das ja, wenn ihr eine Kappe drauf habt, denn sonst kann es relativ schnell sein, dass ihr das Ding anbatscht ich gucke mal, dass ich es hier draufkriege manchmal muss man da ein bisschen drücken und ich mache das am besten auch mal sozusagen Offscreen denn wie gesagt, ich muss hier durch die Konstellation immer hinten auf den Sucher bzw. auf den Bildschirm meiner Filmkamera gucken und da kann ich so präzise arbeiten, wie das hier einfach nicht bewerkstelligen tut mir leid, ist so so und ich habe es angebracht ich habe es mal bis hier gemacht, denn hier wenn ihr eben aufgepasst habt na, jetzt muss ich wieder ein bisschen anders fokussieren so, hier ist nämlich unter jetzt unter dem Tab ist auch sowas geriffeltes und das Tab ist selber geriffelt und deswegen geht das hier fast perfekt außerdem, was ich noch richtig praktisch finde ist, dass hier nach wie vor jetzt die Entfernungsanzeige sichtbar ist denn, so schön wie sich das hier anhört mit dem Tab, das ist nicht wirklich mit allen Objektiven kompatibel zum Beispiel wüsste ich auch gar nicht, wo ich hier dann das Tab anbringen sollte also guckt vorher bei meinem Objektiv, welches das Tab bekommen soll wirklich, kann ich das Tab überhaupt aufstecken oder ist da irgendwie so ein dicker Kranz vorne und hinten und wenn ja, an welche Stelle tue ich das ist das sehr weit vorne an der Kamera denn sehr weit vorne ist das hier sehr ungemütlich bei einem anderen Objektiv, da ist das bei mir da war das bei mir sehr weit vorne oder ist das zu weit hinten denn auch wenn das zu weit hinten ist, wird das hier unten sehr, sehr ungemütlich und guckt am besten noch ob ihr dann noch am besten optimal natürlich Entfernungsskala Tiefenschärfesskala und Blendenskala noch ablesen könnt, denn zum Beispiel hier bei so einem Objektiv die Blendenskala nicht mehr ablesen zu können, das wäre schon mega fatal aber wenn ihr eine Kamera habt, beziehungsweise ein Objektiv, wo das gut geht, ist das dann richtig super kann ich es jetzt hier klasse in die Hand nehmen hier würde ich den fotografieren so und dann hier die Hand drunter und dann hier mit den Knöcheln das sieht man jetzt ein bisschen sieht jetzt ein bisschen komisch aus sehe ich das dann von hinten aus und so von vorne, das ist jetzt natürlich für mich ein bisschen ungemütlich, aber wenn ihr ihn wirklich vorm Auge habt dann einfach hier so zack, zack, das geht ja auch super smooth und so weiter, obwohl wie smooth das geht, das hängt natürlich eher vom Schneckengang des Objektivs ab und nicht vom TAP, denn das TAP ist einfach nur so ein bisschen Plastik also mich freut das sehr gut, dass das hier mit dem Jupiter so funktioniert, wie ich mir das gedacht habe also müsst ihr selber wissen ob ihr euch das Ding holt ich weiß nicht, ob ich es verlinke, also schwer zu holen kann das Ding ja auch nicht sein wie gesagt, kein Product Placement, ich habe das Ding von meinem eigenen Geld bezahlt und dann würde ich sagen, dann war es auch schon für das Video, das war das TAP, dann könnt ihr hier den Kanal abonnieren, dann könnt ihr hier einen anderen Kanal abonnieren, ich finde übrigens dass AAS Analog sehr viel mehr Abos verdient hat also abonniert AAS Analog dann hier zu einem AAS Analog Video und hier zu einem alten FKF Video dann würde ich mich nochmal recht herzlich für das Zuschauen bedanken und sage bis dann AAS Analog Video AAS Analog Video